Irgendwann muss ich erst einmal aufs Dach. Fertig. Jetzt weiß ich wieder. Erstmal alles abbauen. Ja, 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 passt schon. Mit dem redest du? Mit meinen Zuschauern. Ach so. Wer schaut sich das bitte an? Du. Okay. Jeder, der dieses Video sieht, gibt's ihm einen Daumen hoch, wenn er cool ist. Wenn nicht, dann gibt er nicht einen Daumen hoch. Einen Daumen hoch. Wie ist der Kopfhörer rausgefahren? Mir nicht. Bin ich jetzt verheben? Jetzt ist mir der Kopfhörer rausgefahren. Du hast gesagt, rausgezupft. Ich liebe Folgen, ne? Ja, ja, immer doch. Genau. Dauert auch überhaupt nicht lange. Warum reiß ich das überhaupt ab? Das kann ich ja stehen lassen eigentlich. Der Kopf war auch schon wieder rausgefallen. Jetzt sag ich nichts. Ich glaub, der mag mich nicht. Au. So, jetzt brauche ich... Ach, ein Mensch. Ja, ich bin ein Mensch, das hast du guter kannte, der schwebt Holz. Und so, da drüben. Wo? Da drüben. Wo? Ähm, Essenskiste ist nicht da, nicht da, nicht da, nicht da, nicht da, da. So, jetzt mach ich mal Muschrums-Dus. Und Kohle soll... Was mach ich da? Weiß ich nicht. Haben wir nicht in den Ofen reingegangen? Weil du kannst. Eins. Zwei. Zwei. Fünf. Drei. Fünf. Fünf. Nomnomnom. Sag ich gern. Nimm ich mit für Notfälle, falls wir wieder runterfallen. Was natürlich passieren wird, weil ich so ein großes Genie beim Bauen bin. Genau. Deine Schweine. Alles wird wieder gut, Herzi. Passt genau. Ich hab grad keine Zeit, meine Haare zu richten. Du, da unten sind so Holzdinger. Raza, da unten. Dort, wo du grad was gebaut hast. Ich weiß, das hebe ich später auf. Warum? Weil ich jetzt grad das Dach im Kopf hab. Hast du? Ich hab jetzt grad die Form vom Dach im Kopf und das vergesse ich dann gleich wieder. Sag's mir. Ne, dann vergesse ich's. Gell? So, nein. Dann sag's mir. Ja. Also hier so, 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 so da so. Und dann hier so, so da so Ecke. Passt schon, Schatzi. Ja, genau. Hätt schon deine Haare richtig gut aus. Jetzt würd ich gern ne Kamera dabei haben. Ach, ich könnte sie ja aufnehmen. Wenn ich's nicht vergiss, mach ich dir jetzt wirklich in der Ecke ein Video von der Kamera. Du nimmst die Kamera auf. Auf meinen Arm. Ist die dann Fame? Ja. Ja, das ist die. Warum schlage ich das Holz ab? Es hätte da werden können. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was du machst. Ein Dach. Ja, das ist mir klar. Ein wunderschönes Dach. Ein schönes Dach. Nicht. Nicht schön. Ja, Titel von meiner letzten Folge. Ja. Da will ich nämlich schauen, ob ich hier auch noch so. Jetzt kannst du mal ein bisschen moderieren, weil ich jetzt konzentrieren. Das kannst du? Nee, aber ich probier's zumindest. Okay, ich mach inzwischen deine Haare. Ja, aber moderier. Okay. Aua. So, ich mach ihn jetzt so einen schönen Zopf nach oben. Hast du Haargummis da? Nein. Oh. Doch, hast du. Gummiringe. Das hört echt süß aus. Machst du Spaß wenigstens? Was? Mit meinen Haaren herumzuspielen? Ja. Das macht mir sehr Spaß. Okay, dann passt. Jetzt lass das mich endlich machen. Ja, ich habe jetzt keine andere Möglichkeit. Ich weiß. So, hier muss ich noch... Habe ich da schon? Weiß ich nicht. Nö. Also da ist noch auf diese Seite das Dach machen. Fertig so und so. Du, da ist ein spielender Stein. Ja, ich weiß. Auch wenn das Holz ist. Das ist ein Stein. Ja, unten sind noch welche. Wo? Wo? Da. Du? Ja? Du bist gerade runtergefahren. Ich weiß. Ja, das war mir klar. Ich wollte sicher gehen, dass du es auch weißt. Dann muss ich ein bisschen Holz abfarmen. Da hinten ist aber auch noch Holz gewesen. Ja. Da hinten. Ich zeig gerade wieder hin. Ich zeig gerne hin. Das ist aber ein bisschen effektiver, wenn ich so ein bisschen Holz abfarme. Du wolltest mal so einen Wald machen. Ja, ich weiß. Ich weiß nur nicht wie. Und mir fällt gerade auf, ich brauche ein bisschen Kohle wieder. So YouTube Money und so. Genau. Ist okay. Nein, ich habe gerade nicht irgendwie mich geärgert. Es ist keine Axt mehr und so. So, jetzt schaut das Dach richtig schön aus. Das kann man ja so lassen, oder? Du hast eine Axt. Wo? Da, da. Das ist eine Spitzhacke. Das ist für mich eine Axt. Okay. Ja, du weißt auch, ob ich mir abfahre. Du brauchst eine bessere Axt. Ist aus Diamanten. Ich brauche eine bessere Axt. Ich brauche eine bessere Axt. Ne, ich mache mir jetzt eine. Okay. Ja. Lassen wir das Haus zu? Nein. Schade. Du, da steht Holz raus. Und da ist überall Holz. So schwebende Holz... ...Dingst das. Ein Holz-Dingst das. Ein Holz-Dingst das. Du kannst nicht durch Wänder gehen. Nein. Ich kann es aber probieren. Nein. Das schaffst du nicht. Wenn ich jetzt hier raufgekommen bin. Na, du kannst. Weil da Holz ist. Wollte ich einsammeln. Nein, weil du kannst... Auf dem Akon ist auch Holz. Ja. Auf deinem Sprungrad. Hui! Ja. Ist okay. Ja. Ich weiß noch immer nicht, was ich da machen wollte. Ich weiß noch immer nicht, was ich da machen wollte. Ich auch nicht. Okay. Ich glaube, da habe ich gerade nicht aufgepasst. War ich mit Facebook beschäftigt. Wolltest du nicht eine Axt machen? Ja. Jetzt mache ich mir mal eine Dia-Axt, obwohl es Verschwendung ist. Ich mache mir eine Dia-Axt. Ja. So, Diamant-Axt. Diamant-Axt vor dem Win. Ja. So. Jetzt haben wir wieder fast zwei Stacks. Und wir brauchen unbedingt Kohle. Mhm. Gas. So. Wo wollte ich jetzt als nächstes was bauen? Ich glaube, hier. 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 Das ist alles. Wo ist das? Ja. Ja. Bei der Musik schlafe ich ein. Ja. 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 Und ich niche-nuste. Ja. Du musst immer noch niesen. Nee, muss ich nicht mehr. Nervt mein Arm auf deinem Kopf? nein nur ganz leicht okay ist okay so hier doch ich mag das nicht wenn ich kein schiff es wird richtig mit dem rad ist die da wegsteht so dass ich mich gerade nicht verbaut wie nie genau du hast ja nie genau was das bleibt dazu ich brauchte echt nur die treppen die können wir auch nicht so lassen die müssen anders nein die passen so echt ja da kann man sich im kreis drehen okay wo bin ich auf dem dach im dach nein auf dem dach du kommst du wieder runtergefallen wo? vom dach nee doch jetzt hättest du dir die Hache machen können sagen 500.000 37 millionen mal aufs dach gehen ich hoffe das schaut nachher aus wenn nicht dann lasse ich so es schaut sicher nach was aus ja schau mal wie ich da f5 wie ich da stehe da stehen können direkt daneben aber nicht runterfallen ja so jetzt sind wir einmal rundherum gegangen nicht wirklich wir sind wir sind fast rundherum runtergefallen wieder rauf runtergefallen und dann so wir sind fast rundherum gegangen oder so ja ich bin dann drunter gefallen also wie ich kann auf das tut was du fackern ich kann das so machen oder komme ich da runter kommt da komme ich runter um es doch wieder rauf ja okay hoffentlich wenn du nicht hast du pech genau genau warum habe ich das überhaupt abgerissen das weiß ich nicht okay wahrscheinlich weil du gerade so lust drauf hattest es abzureißen warum baue ich das zu weit weil du kannst ach tue ich das genau da mache ich eine fensterfront ja auf der anderen seite mache ich auch eine fensterfront ich habe sie es nicht abbreissen muss sagt ich habe das dann hin ich gedacht hab das passt so du ja das passt so nicht schade du ja ja ich habe alle meine hoffen im glas was machst du aufmachen was ist dann so gemacht ich dachte mir das passt so du das passt so nicht doch ich bin noch immer oben siehst du das nicht martin schuft sich gleich runter tschuldigung tut mir nicht leid pilz fahren bräuchte ich auch schauen wir mal nach ob unser getreide dingsbums gewachsen ist langsam brauchen wir auch nahrung brauchen wir ja um gehst du dann schwimmen ach ich habe mir gedacht ich habe ein bisschen durch und trinke ich mal ein bisschen im klo herum danke was dann ich habe jetzt wirklich das echt was du trinken holen dann müsste ich aufstehen magst du mir auch aus dem trinken holen was willst du dann ist die magst du fand oder tee hallo kurzer break